Hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft Käfig 2 hier, mit dem guten alten Floh und der hier irgendwo unten ist. Oh mei. Ja und die Käfigwelt, die sieht irgendwie nicht mehr so gut aus, wie wir hier gerade sehen. Und genau. Finde ich schon. Und genau, wer es noch nicht weiß hier, jastradreisig.shop für den Southing Puzzle Match hier. Man sieht die immer noch durch, ich weiß nicht warum man durchsieht. Wahrscheinlich wegen dem Screenscreen da. Und ja, wie gesagt, wir kommen zu einer Folge Minecraft Käfig 2 hier. Und sag ich, hab ich gerade drückt, Dings, ich bin oben. Und Folge, Folge, wer es nicht weiß, unbedingt recht schon bei mir auschecken. Da haben wir hier irgendwie so den World Border gebackt oder so, die Command Blöcke verändert. Und ich brauch gerade noch Larpis oder so, weil... Nö, aber ich hab das. Dings, da irgendwo war ein Dschungelbaum drin irgendwo. Oh, Creeper, Mann. Ah, oh nein. Und genau, Flosch, Schafflo, Schafflo. So, ich hab nämlich... Ey, wann du heute das Dings machen, das Ende? Ja, wir können eigentlich heute das Ende machen. Können den Ende, den Ende drohen, können wir präsentieren. Ey, glaubst du, bei dir ist das anders als bei der Käfig 1? Ich weiß nicht, vielleicht ist das Ende anders. Also vielleicht Winter, ne, ich glaub nicht, oder? Und genau, ich wollte das zeigen, nämlich, schau mal, schau mal. Wenn ich jetzt mal hier gehe. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, hier, nämlich wenn ich das so mache. Eine Rüstung aus CESA. Und dann hier mein Cape wegmache. Cape Cape Cape. Ich sehe einfach mal das Franzis Design am Rücken mit mir drauf. Ich hab mir jetzt draufgemacht, so mit Pixeln. Und so hat es gerade... Ne, das Wasser runterkommt. Irgendwann ist gerade geschmolzen. Ich weiß nicht. Okay, Eisenkohl, wir reden schon. Hier seht ihr mal irgendwo, hier seht ihr mal irgendwo das Dings, das Original Design. Also zum Unterschied, das ist eigentlich richtig cool mit dem Flieger. Ja, äh, genau, jetzt sehe ich mal an, da rüssen wir dann. Dings, also Larpis hast du nicht, gell? Äh, da kann ich mich wirklich... Oh. Oh, 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 oh. Was brauchen wir? Ja, stimmt, wir brauchen, wir brauchen Endappellen, gell? Endappell, gell? Das war die gerade letztendlich, was ich trau's gerade. Wo ist denn Endappell? Okay, passt jetzt. Ey, das war richtig nice, sogar, dass er gerade gespawnt ist. Alright, ja, irgendwo, ich weiß nicht, ich glaub, unten ist wahrscheinlich safe in der Mine. Welche war das? Ich hab da oben noch, äh, Schweinefleisch hier gerade, äh, geschmolzen, geschmolzen, gebraten. Ich hol das schnell. Wir sind überall Spinnern. Das war auch gerade nach, nacht. So, äh, immerhin steht in der Burg noch, ja? So, und hier sind irgendwie auch alle ausgebrochen, wo ist der Ofen, 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 hier, okay. Na, ich hab mich auch essen, hier, weil ich schmelze gleich das, oder was, was ich nehme auch auf den Ofen hier mit, schnell, sah? Komm mit, ich hab richtig viel zuerst, sah. Okay, äh, warte mal, wo bist denn du? Wenn ich wissen darf, ich glaub, du bist du in der Mine, oder? Ja, ja, unten. So, okay. Aber die Stiege war auch eigentlich, äh, gut, den wir jetzt geht's rum. Ähm, okay. Ich weiß nicht, wo war denn das Endportal? Ganz unten, oder? Ah, ich glaub. So, so. Oh, ne, hier ist ein Potsdam, ist. Hier nicht ausgeleuchtet ist. So, so, bam, bam, bam. Ist ja auch ausgeleuchtet. Okay, und hier ist immer noch das Loch. Ich hab fast reinflogen. Ähm. Sind immer überall noch Minen, geil? Man kann die, du willst ja nicht spawnen. Ach so, nee. Ich glaub, du musst erst in Ender Drachen versingen in Ender Drachen. Nein, du kannst ja, also eigentlich müsstest du schon können, oder? Weiß nicht. Sind schief, wenn es, äh, zumindest hier, ähm, nach dem Ender Drachen. Ja, aber, äh, spawnen? Oder geht's wegen Wasser, glaubst du nicht? Äh, ich glaub wegen Wasser, oder? Werde nicht so, instant sterben. Ich seh immer noch die, Dings. Oh, oh, oh. Oh nein. Du hast den Schadenrüstung, ja? Ja. Hey, laden doch auf. Oh. Nein, gleich jetzt, äh, gleich explodiert er. Au. Oh, lol. Nicht sterben, nicht sterben. Ey, wir rollen den. Ich kann, ich, der ist, geht nach oben. Wow. Okay, okay. Ich bleib echt schnell weg. Oh, er macht die Treppe gepusht. Geht, schaff das. Aber was macht er? Wir haben gleich, wir haben gleich. Er fließt. Er darf nicht in die Lava fliegen, dass der Stern, oh. Okay, ich hab's zubaut. Schaffst du's? Noch mehr Lava. Geheim mit Schist. Was? Bemeißen. Wenn du zu baut, kannst du eigentlich killen. Oh, ich bin gleich tot. Wir haben ihn gleich hinten. Wir haben ihn, nice. Nein, er hat's. Oh, da hab ich ihn? Du hast ihn, gell? Ja. Da haben wir nicht schon geheim mit Schist aufgespringt worden. Ne, der Stern, okay. Äh, Flo, du weißt schon, dass das Achievement nach dem... Egal, 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 egal. Okay, ich hab' den Schist. Ist egal. Wir haben überhaupt keine Achievements. Wir haben schon Maximum Border. Wir haben schon raus, aus dem Map-Bank. Wir haben uns rausgekitscht. So, ähm... Wir haben mit Schitt Maximum Border, glaub ich. Eigentlich schon. Ich glaub, weiter geht's eh nicht. Wir brauchen nur noch braune Farbe. Ich glaub, die Achievement... Was ist eigentlich... Was ist eigentlich, wenn man den killt, da? Ey, du bist falsch, du musst da reingeben. Man kriegt Fisch. Oh, Fisch, wie du. So, ähm... So, äh... So, doch. Spray's mir noch das. Okay, ähm... Warte. Ich... Warte noch kurz hier beim Dings. Hier, ähm... Ich geh mal zum Border... Ich weiß nicht, wie kriegt man so das braune Farbe? Es waren nirgendwo Dschungeldinger. Also, Koko-Bohne. Koko-Bohne? Die Chests sind alle frei. Doch, irgendwo war Koko-Bohne. Ich glaub, unten war eine Koko-Bohne. Ach, Koko-Bohne. Komm mal runter, komm mal runter. So. Ist alles frei, endlich. Echt? Wo? Wo ist alles frei? Hier? Hier unten, schau mal. Da! Oh, loil. Stimmt, es sind 1000 Chests. Jungle-Setsing. Kannst du nicht sagen, dass irgendeiner legit hier bis zu der Chests gekommen ist? Ja, wirklich. Ja, so. Oh, loil. Endcrystal Tears. Aber was bringt das? Endcrystal? Äh... Ich glaub, mit dem kann man in... 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 noch mal besiegen, oder? Oder... Ich glaub... Ich glaub schon, ich glaub schon. Dann kann man den zweimal besiegen. Willst du probieren? Ich brauche noch einen Bogen. Kannst du meinen Bogen craften, oder so? Oh, no, no. Geh nicht dahin. Was ist da? Wir haben die Map verpackt. Okay, äh, egal. Ja, ich glaub, so weit kann man gar nicht. So, aber glaubst du, der Map-Entwickler hat einfach so ein Dings, äh, World-Edit benutzt, irgendwie... Nein, das ist irgendwie keiner die ganzen unnützigen Quests macht, so wie wir. Wir eine tausend Blöcke erfahren mit einem Rail. Ich glaub, das muss man gar nicht machen. Ich glaub, wenn ich auch noch nicht... Ich warte mal, äh, hier war ja das Winter. Warte mal, hier kann man ja... Ne, warte mal. Wir hatten ja nicht von oben da, da runter. Oh, no, wei. Oh, mein Koffan. Okay, Mama. Okay, warte. Oh, no. So, äh, genau. Hier war das Ding. Hast du? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, ich hab Play-Spot damit. Ich hab Play-Spot damit. Jetzt ist das auch alles frei. Oh, Cripper-Man. Linger-Hill-Hill-Hill-Hill-Hill-Potion. Linger-Hill-Hill-Hill. Ja, ich hab auch schon viel Linger-Hill. Schau, ob du eine Enderpelle irgendwo in der Kiste findest oder so. Ich hab eine Witch. Eine Hexe. Oh, Witch. Wo bist denn du? Hä? Ich such grad Dings. Enderpellen irgendwo in der chest vielleicht. Ja, auswadeln. Ich bin der Griep, oh man. Oh, er geht da nicht rein. Oh, er geht da nicht rein. Flo, geht da nicht rein. Komm her, Flo. Muss du nicht reingehen? Ah, geh wieder zur Tür rein. Da war ich schon gerade drin. Hier oben ist eigentlich auch noch... Ja, hier ist noch mein Chest. Ehh, nicht viel drin, nicht wirklich. Ist da sonst noch irgendwas? Hier vorne? Doch hier ist die, hier ist ne eine Pelle. Oh, hier, gell? Hallo, mein, Ushavall. Ushavall. So, äh, bam, bam, bam. Cool, brauche ich hier nicht. Womit jetzt ne Ushavall. Ist hier oben noch ne? Hier ist noch ne Chest. Emeralds und so. Ist hier noch irgendwas? Hier gehts ja noch weiß dazu. Hast du ne eine Pelle jetzt? Ja, warte, ich loote jetzt gerade. Ne, ich hab noch keine Ender Pelle. Ist alles verbuckt. Gehts noch weiter? Ich hab schon mehr. Gehts hier noch niemand weiter? Oh no. Oh no. Was? Hast du? Ha, ich hab zwei gefunden. Okay, nice. Was, wenn wir drei brauchen? Okay, warte. Brauchen wir nicht. Ja, ich geh mal zurück. Ha, ich hab Abkürze genommen. Okay. Nicht! Warte, äh, gibts das dran. Kannst du eigentlich abbauen? Wir bauen noch viel mehr, oder? Wir bauen drei, glaub ich brauchen wir, oder? Oh no. Oh no. Ich geh mal weiter runter. Lass weiter runter gehen. Unten sind safe. Endermen. Stimmt, neue Kisten. Hast du doll, stimmt. Ja. Guck mal. Schau da rein, schau da rein. Warte. Wie auch ne Ender Pelle. Ja, perfekt. Schon in der andere Kiste. Ich hab richtig viele Dings. Oh. Oh no. Nice. Perfekt. Okay, ich hab jetzt noch Speed. Wirklich perfekt. Aber halt, schau mal, wie riesig gehört jetzt eigentlich ist das. Ah, ah, ah. Ich hab gar nicht vorher so gesehen. Und ich hab ne Idee. Das heißt, ich nehme jetzt Water. Ach, Water. Nehme ich da Water, Water mit. Lass doch die Trüte von der Luten. Ich geh jetzt alles weg. Ich nehm jetzt noch, was? Ich nehm jetzt noch, was? Ich nehm jetzt noch, zwei. Oh! Nehme jetzt, ich nehm jetzt noch Wasser mit. Dann kann ich, äh, boah. Wie nennt man das? Water Emility? Da, Water. Da, Water, Water, Water. Okay, ähm. Okay. Hast du Blaze Rod noch? Ja, oder? Ja, okay. Gib's mir, gib's mir. Hier sind alle in der Perle. Ich glaub, du brauchst nur zwei. Die anderen nehm ich immer. Nehm ich mehr. Ich brauch Wasser. Ich brauch Mr. Water. Hä, wir brauchen mehr! Hä? Ich hab noch eine. Hä, wo brauchst du mehr? Da! Geh mal noch nicht rein. Geh mal noch nicht rein. Ich brauch noch Water. Ja, okay. Ich geh rein. Warte, ich geh noch kurz hier hoch. Und da stoben sie sich ganz in den Kopf. In den Kopf. In den Kopf. In den Kopf. So. Was ist das? Gib's gehört. Das war der Teleporter. Ach so doll. Au! Okay, ich war fast gestorben grad. So. Komm jetzt! Yay! Ich mach grad Dings. Ich bin grad. Ich bin drin. Was? Wie sieht wirklich? Haa, Spaß. Jetzt kann man keiner sagen, dass hier. Weißt du? Und hier drauf steht, wie wir hier hoch springen. Dann wird man aber hoch teleportiert. Das ist richtig dumm gemacht. Okay, war das so? Ich komm mal nicht runter. Aber, sag ich alles Vanille hier. Aber, ich frag mich echt wie der das geschafft hat. Den Dings. Bitte die Command-Blöcke. Komm, jetzt! Ich darf springen hier rum, ey. So war doch. Ich nehm mal, ich nehm mal Lava, aber ich mach Lava. So, Instant Tales. So, warte mal, warte mal. Äh, stärke. Du kannst ja Lava-Image machen, oder? Warte kurz. Okay, gehts. Okay, lasse rein, lasse rein. Regeneration. Soll ich Lava-Image machen? Ich gebohr. Der Mr. Ward-Image. Oh lol. Die, die end. Ist du hier stehst du? Okay, man kann Lava-Image machen. Okay, warte mal. Perlender. Perlender. Okay, ich geh. Du versuchst ne Bogen. Okay, ich hoffe das Sound ist nicht zu laut hier. Äh. Ist hier erweitert? Okay, warte mal. Ja, ich bin oben. Ich schau auch, dass ich... Ich mach trickshot. Äh. War das da irgendwie? Alter, ich mach alles mal nicht. Nee. Oh no no. I think you're dead. Okay, ähm. I think you have been gestorben. Äh, einfach nicht sterben. Oh nein, Ende Drache kommt. Kennst du die Videos, wo du einfach vor dem Ende Drache stehst und der haut nicht komplett weg? Ich hoffe nicht, bis hier noch nicht. Oh, so. Okay, ich bin mit drin. Oh. Er kommt zu mir. Okay, doch nicht. Okay, die Taktik, die ich eigentlich machen wollte, hat nicht funktioniert. Gib mir den Bogen. Dann zeig ich dir, wie man die abschießt. Ich hab schon. Nein, ich... Komm schon, ich hab gar alles... Oh, alle gemacht. Ich warte. Wie soll ich ihn? Warte mal, okay. Er muss in die Mitte kommen. Oh no. Oh no no. OP-Apfel, ich hab OP-Apfel. Überlehm ich? Nein, ich hab trotzdem OP-Apfel nicht überlebt. Oh, ich hab... Wie du gehört? Komm schon. Glaubst du denn die Türme, das sind Dings? Der soll herkommen. Glaubst du denn die Türme sind da, äh... Yes. Wow! Wow, okay. Oh, der hab ich grad extrem weggekommen. Du gehst in der Mitte vor, ist das auf. Oh, warte mal. Man muss hier hoch? Man, ich kann man nicht spawnen. Wir haben Schnelle. Nein, wir haben Schnelle, oder? Ja, man kann hier nicht hoch, glaub ich. Du musst nicht hoch, du musst die Drachen killen. Ja, wenn er in der Mitte ist, kann man nicht hoch. Das ist gerade einblocken. In der Mitte komm nicht hoch. Es geht. Nein, ich hab mich gleich weg. Wie Schneeballer, vielleicht? Woa. Er ist auch mal in der Mitte? Ja doch, du kannst ihn schlagen. Oh, warte. Ich geh mich kurz, ich geh mich kurz. Vielleicht müssen wir Lava in den reinmachen. Oh mein Gott. Muss dahinter entstehen, muss dahinter entstehen. Ein Lava packt! Muss dahinter entstehen. Wenn du vorhin stehst, hau dir nicht weg. Der Helm ist kaputt. Oh no! Okay, fliegt weg. Immer wenn du wegflügst, musst du weggehen. Ich mach Lava-Image, okay? Mach Lava-Mage. Wow! Ja wirklich, Worte-Image kann jeder. Ach so, die haben schon Lava-Image gemacht. Wow! Okay, Worte-Image hat das funktioniert. Nein! Ah, ich schaff's nicht, nichts zu machen, oder? Ich mach's auch so. Warte! Wo bist du eigentlich so böse? Ich weiß nicht. Ich hab' ne bessere Idee. Flo ich hab's. Oh nein! Das war schlecht! Du hast den Bogen, du hast den Bogen! Was hast du eigentlich auf dem Bogen drauf, oder? Power 5, glaub ich! Oh oh! Oh no 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 no! Wow, Flo! Ja, ich hab's geschafft! Lava-Image? Ne, ne, ne! Warte-Image, generell! Warte, ich nehme Stärke! Warte, ich schieke mich kurz! Er check's nicht! Oh nein, ist mit Stärke! Lava-Image! Lava-Image! Oh! Nein! Das ist nicht schafft! Ich hab wenig Leben, ich hab wenig Leben! Ich geh mal außen rum! Ich werd Lava-Image schaffen, okay! Alright, das ist nicht geklaut worden! Warte, ich muss den Sound leiser stellen! Oh nein, er ist wieder weg, er ist wieder weg, Flo! Flo, Flo, Flo! Yelp, Yelp, Yelp! Ah, da, da schießt er schon! Aber da schießt auch solche Dings, gell! Funktioniert das? Oh, doch, 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 doch! Das funktioniert böse! Äh, äh, hab ich noch irgendwas? Ne, ich hab gar nichts mehr! Oh, oh! Oh nein, oh nein, 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 nein! Ich komm wieder an! Ich guck mal auf von der anderen Seite! Komm, jetzt, 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 jetzt! AHH! Nein! Ne, nein, nein! äh Ender Dragon using Magic Nein, 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 nein. Ich hab ein Herz. Fluten muss schnell kommen. Ey, lauf, 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 lauf. Okay, ich hab kein Essen, ist das Ding. Kann ich das essen? Das kann nicht, ich hab kein, ich hab kein. Nein, 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 nein. Fluten Fluten. Okay, du bist drinnen. Okay, okay, okay. Ah, halt einer P. Äh, warte, warte. Ich kill nicht, doch ich kill noch nicht. Komm, schnell, ich komm, schnell, komm, schnell. Oh, 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 schnell, 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 was ist noch erleben? Okay, glaubst du, kann man wirklich zweimal killen? Oh mein Gott, er hat mich ra... Ich bin auf Obsidian-Turm, er hat mich raufgekaut. Was? Bist du oben, oder? Wow, warte, 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 killen, ich killen nicht, killen nicht. Wow, okay, ich bin tot, ich bin tot. Komm, einmal noch, ich bleib hier. Oh, er kämpft dich. TP? Unable to teleport. Ah, ist dumm, du bist total schnell. Komm schon, ich komm schon, ich komm schon. So, 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 äh, hoffentlich. Bist du da? Hier ist ein Schwendel. Ich bin einfach, ich bin auf der Plattform, ich sehe den Steg da, äh, zum Dings, ich bin gelaufen. Warte, kurz. Bist du mich? Wo bist du? Aber ich sehe dich, Lava im LG! Oh! Hä? Lava hat wirklich funktioniert. Hä? Es packt, aber Lava packt in Dimensionen. Oh, lol. Okay, warte. Hä, was war das von mir packt? Lava macht keinen, Lava macht keinen Damage. Oh, lol. Ebersetzt? Also echt? Lava macht keinen Damage, lol. Das ist nicht. Und da haben wir jetzt erst mal Killed, äh. Oh, die Generationen. Mein XP. Ah! Mein XP, mein XP, mein XP. Mein XP, mein XP. Ich bin aber schon drin. Wie viel, okay, rate mal, wie viel Level ich bekomme, okay? Wie viel Level habe ich? Ich habe Coco Beans. Ich habe einfach 68 Dings. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist die Frage, kann man jetzt irgendwie nochmal besiegen? Geht das? Oder muss er irgendwie? Weißt du, wie es funktioniert? Ja, komm, mir echt die Welt. Der Eisendgold will den Tod übergreifen. Echt? Oh, so. Das schau. Hä? Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh no, no, no. Okay. Äh, Dings. Warte, boh mal irgendwie Cobblestone hin. Ich mag mal testen, ob man hier irgendwie, äh, den, äh, Endcrystal. Was kann ich mit Endcrystal machen? Man kann eigentlich, eigentlich, das kann man, oh nein, das lag gerade extrem. Oh nein, was passiert? Da ist ein Cool, ich will ihn angreifen, glaube ich. Nein, Flo ist leckt. Kill ihn, kill ihn. Kill ihn, er ist ein Cooler. Schnell, es leckt. Oh nein. Oh, oh. Er killt mich. Ich kann nichts machen, es leckt. Kill ihn, kill ihn, Flo. Oh, ich komme, ich komme. Oh nein. Was ist hier? Oh nein. Kill ihn. Ich kann nicht, ich habe, ah, Standbild. Okay, bei mir geht es gerade noch. Probieren zu kill. Hä, was ist? Ich probiere ihn zu kill. Was ist gerade? So. Hä? Oh nein. Ich glaube, wir haben die Welt verpackt. Ich habe mir noch Standbild. Bist tot? Ich werde das, weil wir jetzt einen Comparator, äh, Repeater-Abwort haben. Ah, jetzt geht es wieder. Oder? Ja, jetzt geht es wieder. Hä? Was ist denn das? Ja, das passt. Hast du das? Hast du das? Schau mal, das, 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 das hier. Buckt. Oh nein, du musst nicht. Nein. Du musst es dingsen. Oh no. Oh no. Ich glaube, wir haben es verpackt. Ich glaube, es ist, wenn wir die Reds zu schalten-Abbaut haben. Das muss ich hinbauen, schnell. Dings, ich habe ganz, ich kann es nicht hinbauen. Das heißt, ich glaube, ich habe es vorhin automatisch abbaut. Hä? Oh, lo, 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 lo. Siehst du das? Ja, das ist, wenn wir den Repeater-Abbaut haben, glaube ich. Wir haben nicht den Repeater-Abgebaut. Warte, Rhyme. Nein, aber ich kenne da, ich kenne eine Lösung dafür. Schau mal, komm mal mit. Eine Lösung. Kannst du dich überhaupt noch durch? Aua. Okay. War das nicht irgendwo? Ist gerade, gerade raus. Nein, es war drüben. Sicher ist es drüben, oder? Ja. Der Zombie geht einfach um Eisen-Golem. Nicht auf uns. Ja, hier war das. Oh no, Flo. Ich glaube, wir haben es verpackt. Oh no, wir haben es bockt. Ja, dings, ich würde mal nicht hier sagen, das war es für Käfig 2, denke ich. Ähm, oder Flo? Äh, warte mal, ich habe noch ein End-Crystal. Was für ein End-Crystal macht? Ich kann versuchen, ob ich das finde, warte. End-Crystal. Aber wir haben es verpackt, glaube ich. Also, dass ein End-Crystal macht. End-Crystal. Ey, also, ich will jetzt keine Anstiegung machen, aber ich glaube, wir hätten nicht die Command-Works abbauen sollen. Ich glaube, es war keine so gute Idee. Ich brauche jetzt einfach alles ab. Hier den Repeater. Ich brauche jetzt einfach jeden Repeater jetzt ab. Okay, Flo? Was ist da? Ja, schau doch einfach, wo dings ist, wo, äh, damit, äh, damit's dings ist, äh, damit wir gewinnen. Ich habe eine Idee, warte, wir könnten das probieren, ja? Wir könnten probieren, indem wir, schau mal, schau mal. Schau. So, 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 was werden wir jetzt drücken? Äh, Reset World Border. Oder Reset Block. Nein, nein, dann stirbst du. It's best not to cover Quartz, äh, Spawn Block. This is where Monuments reveal... Hä? Okay. Was ist das hier? Was ist das hier? Oh! Hä? Oh, no! Flo? Flo? Das war's. Hä, bist du da? Äh, da haben wir gerade raus, aber... Ha! Mein Kampf, KV3! Willkommen! Jetzt kommen wir raus, Flo. Also, warte mal. Äh, ja, würde ich jetzt irgendwie sagen, das war's für die Folge hier, äh, also für das Projekt hier. Und was ist hier? Was siehst du denn? Hä? Hä? Wir können da aber durchgehen jetzt. Siehst du den Dings da? Äh, ja, irgendwie, wenn ich sagen, das war's jetzt für die, für die, äh, für KV2 hier, hoffentlich, äh, ich weiß nicht. Es kommt vielleicht demnächst eine neue... Neue, eine neue Map raus. Äh, vielleicht kommt demnächst noch ne, also ne neue Map raus von dem Entwickler. Und, äh... Flo. Und, äh... Äh, dieser Atlantis-Käfig, dass es richtig schlecht ist. Aber es kommt demnächst irgendwann ne... Ach, ich charse das. Ich hab's nicht hunter, ich hab's doch... Ja, wie gesagt, lasst einen Like, da, oder aktiviert die Glocke. Für noch solche Projekte, und Liked unbedingt das Video, und abonniert nicht. Wenn ich's weiß, was abonnieren ist, einfach roter Knopf unter dem Video drauf drücken. Abonniert die Glocke Und aktiviert die Glocke Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video Bis zum nächsten Mal